Hallo und herzlich willkommen zu meinem Teil 3 von Let's Play Blackside. Das ist jetzt auch schon mit der Episode 2. Wir sind raus aus dem Irak und wir sind hier wieder offiziell unterwegs. Wahrscheinlich in Amerika oder so. Hi Nebada! Und zäh euch das Video ein. Der erste gefallene Wir-zocken-gegen-die-Aliens-Bastarde. Ah, okay. Ein Tanker. Alles hier. US-Sperre. Und richtig was am Laufen. Dacht schon einfach durch die Wand. Der Controller, der vibriert hier so. Ich weiß nicht wieso. Ist irgendwas im Gange vielleicht. Ist der mehr drin? Ja, da ist mir drin. Ja, danke, danke. Ja, ist mein jetzt. Jetzt sehen wir mal, ob es hier so ein Scheiß-Dosier gibt. Gehen wir doch rein hier. Gehen wir doch rein hier. Okay. Dann wollen wir mal. Ja, General. Okay. Oh ne, nicht schon wieder die Alte. Bänger Boss, was will er von mir, man. Den habe ich erinnert. Oh ne, nicht schon wieder die Alte. Oh ne, nicht schon wieder die Alte. Was er nicht sagt. Hans Frunzmann mal rein. Na, die Lakai ist weg, okay. Wann geht mir mal nicht mitzüglich. Hans mir rein. Was will er denn? Naja, ja. Ja, näher ist es nicht. Schrei mal noch. Was hat hier denn nicht rumnerven, man? Ich bin am Zocken. Das hat nur schon. Oh ja. Noa ist ne echt seltsame drauf. Zieh dir das an, man. Oh, okay. Schon den ganzen Tag lang. Haringens Saison ist die Vater. Kommt von der Klimaerwärmung, man. Okay. Dann wollen wir mal ausfinden, was in Rachel los ist. Schau ich auch. Oh. Okay, Mann. Ja. Was zum Teufel. Wir schicken wo jeden hier runter was? Was ist los? Das ist gerade so. Und was wissen Sie? Was sagen Sie? Ja. Es ist angeblich wegen einer Armee-Leute, die ausgezieht sind. Das weiß nicht. Für einen Haufen gesoffener Spieler mobilisiert man nicht so eine Menge Leute. Wer weiß. War jetzt dies. Ja. Bin dabei. Bin dabei. Bin dabei. Bin dabei. Bin dabei. Ich weiß. 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 Es ist keiner souvent. Die Shoah war jetzt nicht mehr von mir. Vier Höhen cry. Okay. Ein Misshilfe. Das ist vor der besteåendeربak. Wien dabei. Das ist einer kleinsten, sweetie. Sie sind mehr über! Ich weiß. Es steht an A Guang będzie. Nichts какие-be jaket vehicle. Tja. Ich weiß. Wir können das nicht gelernt. Man fällt eine Brücke. Aber mit dreiUN. Vor Hauся Content. inity. die die Moral machte die Truppe vor sich zu dürfen kommt wenn sie den Schaden mit dem Moral war effektiver okay Okay, okay. Let's see, man, there's so'n Sumpf to you. In letzter Zeit regnet das ungewöhnlich viel. Ganze Eye-Way-Abschnitte wurden weggespült. Ihr müsst euch wahrscheinlich im Gelände-Maus bewegen. Also legt euch ins Zeug. Green, Ende. Hey, Grayson, leg mal Musik auf. Ah, verdammtes Radio. Die Jungs geben mir auf die Eier. Okay. All diese Leute, die eingeufen sind, stellen sich eine Frage. Wer zum Teufel soll denn dann all diese Kriege führen? Sie wissen, was Sie sagen werden. Dass Sie keinen Krieg wollen. Das stimmt. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass Amerika ein Ziel ist, dass wir verteidigen werden. Punkt. Ich sage Ihnen das gut. Ich sorge mich im Hinblick auf. Die Leute wissen die Rufhöhung. Ohne starke Armee sind der Leif gebeugt. Das ist die Schuld der Medien. Die Fresse hat viel zu viel gemacht. Genau. Ja, zeig ich auch. Schall sehen, der keine Uni-Frau trägt. Man muss sich das Recht verdienen. Die Rücke ist weg. Mann, die Straßen hier draußen sind echt Müll. Wie die Dämmen in New Orleans. Das wäre der leichte Weg gewesen. Also die Armee Variante. Offroad Baby. Ja man, so lässt sich leben. Das ist nicht gut. Wahnsinn. Hier spricht Echo. Der gesichtete Helikopter ist feindlich. Wiederhole. Gedichteter Blackhawk ist feindlich. Was zum Echo Squad. Sie haben Freigabe das Feuer zu erwidern. Das ist nicht so. Ich weiß nicht. Dann noch etwas Schall ist. Das ist doch noch eine andere Sache. Das ist doch noch etwas Schaller. Das ist doch noch etwas Schaller Chapter Gen象. Das ist doch noch gut. Das ist doch noch etwas Schaller. auch mal den Raketen mehr von mir glaube ich auch von hier verschwinden und so nehmen wir schleppen und warte jetzt Munizierung Munizierung ja schnell weg hier Mistviecher ja es ist selbst in Luft selbst mal Attentäter schnell auch da weg hier das müssen warten stehen nicht richtig sich die Masse und das Bösen da ich auch ziemlich praktisch in den Landwiener zu ziehen Was ist das hier aufkommen und es ist nix wie weg aus dem Drecksloch? Wird immer mieser hier. Boah, schon wieder dem ist Viecher. Ah, die können nur am Sand rauskommen. Wollen wir noch hier lang, da können sie nichts machen. Ich fahr mal hier lang. Ich hoffe mal hier geht's lang. Ne, hier ist noch die Brücke. Aber hier sind bloß hier. Ah, weiter, weiter, weiter. Schneider kann ich das Ding auch nicht, oder? Voll am Arschig. Ich will mal Mucki auf, Mann. Ach, scheiße. Ich hab keine Lizenz. Ich versuch' den Kopf. Das ist Sommer, egal ob es sitzt oder friert. Sommer ist das, was in deinem Kopf passiert. Das ist Sommer, egal ob es schwitzt oder friert. Ja, ja. Sommer ist das, was in deinem Kopf passiert. Das ist Sommer. ja ja die Scheiße Was ist das? Ok. ist da drin fahren oder geht und er hat dafür geschützt so lässt sich leben oder es doch mehr geht keine ahnung aufnachnehmbar das 70 ist das tempo limit aber da hängt sich keine mehr dran weil wir mal den aliens in den arsch treten wir sind chefs und die alien sind nichts heimatsicherungen kräfte durchfahren wir müssen zu viel ist sicher wie die zahlkern mieten salina rakete verschwindet man hier ist vor der piste wieder auch weg mit dem ok weg ist freig und schnell die karre weiter geht's auf unserer tollen reise nach nevada schlucken so viel ist der bock hier mit dem abzuwerfen ich hau einfach ab ne ich dachte es kommt an auch überstehen mit dem Wettmann mit dem Weg sie werden brauchen die Bandweg zwischen Menschen und Elien Nürnl Elien Tumel Stuhl der Sonnbaum Hotel da der Sechner war hier er wird die an Elien mit also noch die Alloppen schützt die Wahl der Staatsanwalt in den Kopf im Zauber in jedem Mann das ist das mit und und müssen jetzt hin das war los los für die meisten Oh, Chip! Nachos! Hier, Mann, schluckt nicht so viel! Doch! Wie im Trailer So, er sich weiß, was Leute haben, die Spiele sind überhaupt nicht schlechter, die Zockse zu Dritte Episode, die Emissionen halten und spiel es überhaupt nicht schlecht. Wir leiden den Geschmacksführung, das sind auch so doof, das geht zu zocken, ehrlich, Mann. Ich weiß nicht, was Sie haben. Ein Magazin für zwei solche vier. Die schlucken recht. Doch Moral hoch, weiter, weiter. Das war's wohl mit den Kramengrötern. Ey, die Spiele sind so geil, Mann. Aufmachen! Was wollen Sie dagegen unternehmen? Die Lage ist unter Kontrolle. Ich hab's über Kurzwelle gehört. Sie kamen vor drei Nächten über die Grenze. Ganze Gruppen, sogar Pataillone. Sie haben heute Morgen in der Mitte morgen gesehen. In voller Montur. Riesen große Knacken. Sie gaben heute Morgen Information hier durch. Hack! Alle ungerissen. Marken, Bob, wie alle! Hier ist die Kacke am Dampfenwand. Langsam, Chef, habt ihr wohl den Schoen angehauen? Das ist die Wahrheit. Sie ist crazy. Ich gehe in den Keller und komme schnell nicht wieder raus. Die Luft ist reif. Na los, ich mache die Garage auf. Oh, ich gehe da, ich mache die Böden. Ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da. Ich gehe da. gar ein bisschen was ist meine geile kalesche super meine karte ist weg es ist auf einmal drin was soll denn jetzt soll gerade mädchen ehrlich und ich hab schon das ist das hier schlappen Was? Egal, du verarschst mich nur. Es tut mir leid, aber die werden in China massen produziert. Was? Egal, du verarschst mich nur. Ja, ich glaube nicht, das hat die Wahrheit. Aber man, ja, auch nach normaler. Volle Aktion der Willigen. Das ist der Baumvolk. Totemarine. Ah, den Job. Wie war da mit euch? 6, 6, 2, 5. Tja, 3, 5, 5, 5, 5, 5. Route 662, Route Mia, Butter. Warning, your virtual destruction area. W-W-W-W-W-W-W-W. S-W-W-W-W. Die Leichen stapeln sich. Bereit machen! Kommt mal her. Boah, was sind das so viele hier? Da ist auch! Ja, so letztlich leben. Dann kann ich den Scheiß nicht aktivieren. Nehmen wir mal unseren ach so geilen Chip mit. Und nehmen den Umweg. Wo auch immer der Storten hinführt. Da müssen wir hier irgendwelche Einflüsse machen. Ja, bin kaputt zum ersten Mal. So kann es gehen. Aber das schreckt uns doch nicht ab, oder? Ne, das schreckt uns doch nicht ab. Wir zacken weiter. Ich glaube, ich nehme doch nicht den Umweg. Sondern ich nehme doch den Umweg. Aber ich fahre gleich hier runter. Ja. 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 Ja, ja. 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 Na ja. Die Stapel ist mir lang geworden. Power ist ein Erzieher. Oh, das ist ein Müller. Viel haken Sie, Pius. Vorsicht, Mann. Bendejos. Hey. Komode. Oh, oh. Bendejos. Bendejos. Wacken auf. Frau. Zur Hölle. Eker. Hier ist Army, all negative. Das ergibt keinen Sinn, er muss von einem aus der vierten Infantriere. Ich weiß nicht, sieht mir nach einem Amerikaner aus. Ich versteh's nicht. Ich auch nicht, also weiter. Ja? Ja. Ich gehöre mal hier ein kurzes Gambling. Es kommt ein paar zwei vom Teil. Ich glaube mal, die Speicherkarte ist voll. Ja. Und bis dann, haut rein.